Der siebte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, erster Chef einer rot-grünen Bundesregierung. Untrennbar mit seinem Namen verbunden, die Agenda 2010. Deutsche Soldaten, die erstmals seit 1945 wieder kämpfen, im Kosovo, in Afghanistan, nicht im Irak. Sein Vorbild, Helmut Schmidt. Der Sohn einer Kriegerwitwe hat sich nach oben gekämpft, kannte als Kind noch bittere Armut. Gerhard Schröder, ein Zeuge des Jahrhunderts. In diesen Tagen wurden sie 70 Jahre alt. Schön, dass wir uns zu diesem Anlass unterhalten können. Seit 2005 sind sie nicht mehr Kanzler. Wie ist es denn eigentlich, wenn man diese maximale Machtposition hatte, viel Einfluss, Prestige, auch im Ausland. Wie lebt es sich denn dann in Deutschland eigentlich? Nicht so schlecht, muss ich sagen, denn ich hatte immer zwei Traumberufe. Einer war natürlich, politisch zu arbeiten und natürlich sein Traum, Kanzler zu werden. Aber der andere war immer Rechtsanwalt. Und das bin ich jetzt wieder. Das ist ganz befriedigend. Aber man bleibt ein politischer Mensch, das ist ja gar keine Frage. Und insofern interessiert mich Politik nach wie vor. Aber ohne Druck und ohne die Notwendigkeit, auf alles und jedes zu reagieren. Aber ich habe gelesen, dass Sie auch einkaufen gehen. Mozzarella, Katzenfutter und Schokopudding müssen Sie besorgen. Und wie reagiert man dann auf Sie, wenn Sie dort sind? Man kennt sich. Und insofern gibt es bestimmte Dinge, die man halt tut. In der Tat, Einkaufen gehört dazu. Das hat schlicht damit zu tun, dass meine Frau jetzt politisch aktiv tätig ist und ich mich nicht nur, aber mit Freude auch um Kinder kümmere. Nun gibt es ja hohe Ansprüche daran, wie soll ein Bundeskanzler AD sich denn in der Öffentlichkeit präsentieren. Und mein Eindruck ist, dass die Rolle Elder Statesmen immer sanft, immer abwägend und freundlich zu allen, dass Ihnen das irgendwie zu langweilig ist, die Rolle. Das ist gewiss eine richtige Beobachtung. Ich will es mal so sagen. Der Mainstream war nie das von mir bevorzugte Gewässer. Und insofern habe ich das immer auf meine Art gemacht. Und das wird auch so bleiben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, gelegentlich anzuecken, ist nicht geringer geworden. Aber die Konsequenzen sind natürlich andere. Für die Partei, für die Öffentlichkeit, es geht dann meistens nur um mich, was die Konsequenzen angeht. Damit habe ich gelernt zu leben. Also Sie polarisieren nach wie vor auch manchmal gerne, bringen die Sachen auf den Punkt. Also jetzt Krim-Krise, als Sie sich das erste Mal dazu geäußert haben, Wladimir Putin, Sie haben eine gute Beziehung zu ihm. Da ging es um die Frage, war das völkerrechtsmäßig, das Eingreifen von Putin auf der Krim? Da haben Sie formuliert, im Kosovo habe ich damals auch das Völkerrecht gebrochen. Damals gab es kein UN-Mandat. Sie wissen natürlich genau, wie unterschiedlich die Geschichten sind. Natürlich weiß ich das. Aber Sie bringen es gerne auf den Punkt. Natürlich weiß ich das. Formal ist aber das, was ich gesagt habe, richtig. Ebenso wie das auch jetzt richtig ist. Und das wollte ich zum Ausdruck bringen, dass angesichts der eigenen Geschichte, auch Geschichte anderer, denken Sie an den Irakkrieg, denken Sie an Grenada, denken Sie an Panama, dass der erhobene Zeigefinger immer auch ein Stück weit auf einen selber zurück zeigt. Die anderen drei, nämlich die nicht erhoben sind, das wollte ich zum Ausdruck bringen, das hätte nichts mit Rechtfertigung zu tun, sondern nur mit Einordnung. Und dabei bleibe ich auch und politisch hoffe ich, dass es gelingt, wirklich gelingt, im Rahmen dessen, was vorgeschlagen ist, OSZE, wirklich zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Ich erwarte nicht, dass es etwa im Osten der Ukraine Tendenzen gibt, sich loszulösen. Das wäre auch fatal nach meiner Meinung. Sondern ich erwarte, dass, wenn beide Seiten sich anstrengen, es zu einer diplomatischen Lösung kommt. Ich würde es mir wünschen. Ja, mir ging es jetzt auch eher darum, Sie haben ja eine gute Beziehung zu Wladimir Putin. Er war bei Ihrem 60. Geburtstag. Da haben die Kosaken gesungen und die Balalaikas gespielt. Stecken Sie, was auch immer Sie sagen, zu Außenpolitik irgendwie in einer Putin-Falle? Nein, überhaupt nicht. Ich hoffe, dass klar wird, dass das weder mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun hat, noch mit der Tatsache, dass ich zwei Kinder aus Russland adoptiert habe. Das ist total getrennt voneinander. Meine Beziehung zu Russland ist übrigens älter als die zu Putin. Die hat etwas mit Historie zu tun, mit der Tatsache nämlich, dass ich finde, schon die Deutschen, wir Deutschen eine besondere Verantwortung haben angesichts der Tatsache, dass aus Nazi-Deutschland heraus 25 Millionen Russen ihr Leben verloren haben. Die waren nicht zuerst bei uns, sondern wir waren dort. Und deswegen finde ich es auch so fatal, wenn irgendwelche Vergleiche zwischen Putin einerseits und Hitler andererseits gemacht werden, wenn völlig übersehen wird, dass der Mann und die Familie Kinder verloren hat während der deutschen Besetzung oder des Versuchs der Besetzung. Man kann es in den historischen Zusammenhang stellen. Wir haben jetzt in diesem Jahr 100 Jahre Ausbruch Erster Weltkrieg. Vor 75 Jahren begann der Zweite Weltkrieg und immer ging es auch um Interessen von Staaten, Verschieben von Grenzen. Viele Bürger interessiert natürlich im Moment einfach die Frage, sehen Sie eine konkrete Kriegsgefahr im Moment? Nein, überhaupt nicht. Und die Vergleiche, die man mit 1914 anstellt, sind wirklich nach meiner Auffassung grundfalsch. Und jeder weiß, dass eine Konfrontation zwischen Russland auf der einen Seite und der NATO auf der anderen Seite völlig ausgeschlossen ist, weil beide Seiten ganz genau wissen, was das bedeuten würde. Denn beide sind atomar gerüstet, jedenfalls Teile dessen. Und von daher glaube ich, dass jeglicher Vergleich mit der Situation von 1940 abwegig ist und in die falsche Richtung führt, weil es zur Eskalation beiträgt und nicht zur Deeskalation. Ich sehe überhaupt gar keine Kriegsgefahr. Trotzdem lernt man viel daraus, auch aus Ihrem Leben. 1944 tobte der totale Krieg. Ihre Mutter floh mit einer Freundin auf einen Bauernhof im Westfälischen. Und an der Ostfront fiel Ihr Vater, sechs Monate nachdem sie geboren war. Irgendwo prägt das auch das Leben des Politikers Schröder, was er in der Jugend aufgenommen hat, oder? Interessanterweise, weil ich meinen Vater nicht kannte, hat mich das vielleicht indirekt geprägt, ohne ich das wahrgenommen habe, vaterlos aufzuwachsen. Vielleicht hat das indirekt, ohne ich das wahrgenommen habe, eine Rolle gespielt. Wir hatten eine sehr liebevolle Mutter. Meine Kindheit, die sicher bettelarm war, war aber keine unglückliche, sondern ganz im Gegenteil eine, wie ich sie jetzt auch noch wahrnehme, eher glückliche. Wir waren sehr frei, weil meine Mutter musste immer arbeiten und mussten uns sozusagen im dörflichen Leben selber zurechtfinden, hatten genug zu essen und konnten für uns Jungs jedenfalls, war es das, Fußball spielen und gerade so mitkommen in der Schule. Das war in Ordnung. Von daher, als Kinder niemals geschlagen zu werden, sondern mit sehr viel mütterlicher Liebe bedacht zu werden, das habe ich schon im Nachhinein als eine Auszeichnung anzusehen. Aber sie waren ein bisschen ausgegrenzt, nicht? Das ist wahr, das ist im dörflichen Leben so, oder war damals so und das beschäftigt einen natürlich und das prägt auch, wenn sie sozusagen in einem Familienkreis aufwachsen, mit dem bestimmte eher nicht spielen, wie das so schön ist, gesagt wird, dann trägt das möglicherweise dazu bei, dass es Verhärtungen gibt, die man auch nie wieder los wird. Das kann sein. Wer hat Ihnen denn eingetrichtert, dass man sich anstrengen muss, wenn man es dann schaffen will? Sie haben ja dann, als Sie Lehrling waren, die Ausbildung gemacht hatten, die Abendschule besucht, um mittlere Reife und Abitur zu machen. Wer war denn derjenige oder diejenige, die gesagt hatte, das ist der Weg? Es ist ja nicht ohne Anstrengung zu machen. Ja, das ist richtig. Ich glaube, das war ich selbst. Ich wollte da raus, wo ich herkam. Und mir war klar, dass das nur über den klassischen Weg, der heißt Bildung, geht. Und Gott sei Dank war die Gesellschaft offen genug, auch das zu ermöglichen. Offenheit meint, dass man auch die Möglichkeit hatte, als halbweise der ich war, etwas später ein Stipendium zu bekommen, ohne dass man eigenes Geld, das ja nicht da war, einsetzen musste. Also die Offenheit einer Gesellschaft für soziale Aufsteiger war schon etwas, was in den 50er, 60er Jahren mir geholfen hat. Gar keine Frage. Und letztlich, wenn man mich fragt, es war wohl auch eigener Ehrgeiz, der da eine Rolle gespielt hat. Also der feste Wille, rauszukommen aus der Enge, in der ich aufgewachsen bin. Sie wollten immer Anwalt werden, das war klar. Das war auch Ihre Entscheidung, nehme ich an. Ja, das war zurückzuführen auf Fernsehserien, die es damals gab. Es gab eine amerikanische Serie, der Serienheld hieß Perry Mason. Und der konnte das so gut, dass er fast jeden aussichtlosen Fall auch noch gewann. Das war mein Vorbild damals. Gar keine Frage. Das ist auf jeden Fall ein guter Start. Sie waren dann Anwalt, aber die Politik war dann gleich in Ihrem Leben drin. Und 1978 wurden Sie Vorsitzende der Jusos. Das ging schon ziemlich flott zur Sache. Damals waren Sie weiter links, als Sie es heute sind. Gehört das irgendwie zu so einem Lebenslauf dazu, dass man in der Jugend einfach radikaler ist? Ja, natürlich. Das wäre ja auch komisch, wenn es anders wäre. Man beschäftigt sich doch sehr viel mehr mit dem, was gut und richtig ist, als dem, was möglich ist. Und ich fliege da immer zu sagen, später als Ministerpräsident und Kanzler habe ich dann die Revolution verhindert, die ich früher selber geplant habe. Das war so. Gleichwohl, das war ja in der sogenannten 68er-Zeit. Ein richtiger 68er, obwohl ich glaube, dass die 68er-Bewegung viel für die Offenheit Deutschlands getan hat. Ein richtiger 68er konnte ich deshalb nicht werden, weil ich Studium als ein ungeheures Privileg begriffen habe. Ich war zum ersten Mal wirklich frei in dem Sinne, dass ich selber entscheiden konnte, was ich dazu hatte. Andere Themen. Ja, ich hatte andere Themen und für mich war zum Beispiel keine Enge im Elternhaus und keine Revolte gegenüber einem Elternhaus, das etwa in der Nazi-Zeit schuldhaft gehandelt hatte. Bei mir war auch keine totale Abwehr gegen eine Gesellschaft, in der es mir ja immerhin ermöglicht wurde, diesen sozialen Aufstieg auch zu beginnen. In etwa dieser Zeit fiel ja auch diese Anekdote, die kann ich Ihnen jetzt nicht ersparen, dass Sie nach einem feuchtfröhlichen Abend am Kanzleramt gerüttelt haben, gesagt haben, Sie wollten da rein. Dahinter steckt ja, irgendwo braucht man doch einen Grundehrgeiz, um diesen Weg einschlagen zu wollen. Und den hatten Sie damals schon in sich. Keine Frage. Ich war damals junger Abgeordneter und wir hatten eine Kneipe gegenüber dem Kanzleramt auf der anderen Straßenseite, die hieß Provinz, merkwürderweise. Da trafen sich dann die ersten Grünen und die jungen Sozialdemokraten, die eher linken Sozialdemokraten. Und in der Tat nach einem feuchtfröhlichen Abend war das so, dass ich da rein wollte. Das kann ich bestätigen. Nicht bestätigen kann ich, dass es irgendeinen Zeitpunkt gegeben hat, wo ich von innen, wo auch immer, gerüttelt habe und gesagt habe, ich will da raus. Also 2005 war nicht freiwillig. Gut, das haben wir jetzt markiert. Sie waren in den 80ern Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Da ging es auch um Nachrüstung zum Beispiel, eines der großen Themen. Helmut Schmidt war Bundeskanzler. Und Sie, der kritische junge Abgeordnete, hatten damit nichts am Hut, mit der Nachrüstung. Mit der Nachrüstung nichts. Und ich musste später einsehen, dass er wohl mehr recht, habe ich ihm auch gesagt, als ich zur damaligen Zeit. Denn der Doppelbeschluss, den er gemacht hatte, gegen den wir revoltierten, hat möglicherweise in der Tat dazu geführt, dass letztlich die SS-20-Raketen dann auch beseitigt werden konnten. Also insofern muss ich, und wie gesagt, ich habe ihm das selber gesagt, auch sagen, also im Nachhinein, deine historische Wahrnehmung war wohl richtiger als meine. Aber man kann doch bei Ihnen und auch bei Helmut Schmidt sehen, sozialdemokratische Bundeskanzler haben es mit der eigenen Partei eigentlich nie leicht. Das ist richtig, weil die SPD will die Welt immer besser machen. Und zwar auch die Welt, die sie schon gut gemacht hat. Das ist einer der Beweggründe, warum ich da drin bin, auch immer da drin bleiben werde. Und insofern den Ärger, den ich anderen gemacht hatte in meiner Zeit als junger Abgeordneter oder gar bei den Jungssozialisten, habe ich später selber zu spüren gekriegt. Das ist ein Stück historische Berechtigkeit. Der nächste große Einschnitt eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik war die Wende, eigentlich der Fall der Mauer. Und das hat Sie und andere erst mal bei der SPD, es war eine verbreitete Meinung, auf dem falschen Fuß, auf dem linken Fuß erwischt sozusagen. Wie kam das eigentlich? Wie kam diese Ablehnung, dass man gar nicht mehr daran glaubt, es könnte mal irgendwann eine Wiedervereinigung geben? Ja, wir haben in anderen Kategorien gedacht. Wir haben sozusagen in der Kategorie Frieden absolut gesetzt. Und immer geglaubt, dass die friedliche Entwicklung das Wichtigste überhaupt ist. Und an den Zusammenbruch dessen, was man den Weltkommunismus nennen könnte, eher weniger. Gar nicht so sehr, weil man mit der sehr orthodoxen Art, wie das damals vonstatten ging, einverstanden war. Das war nicht unser Punkt, sondern wie gesagt, die Absolutsetzung der friedlichen Entwicklung hat dann dazu geführt, dass Wahrnehmungen, die sich andeuteten in Polen, vorher schon in der Tschechoslowakei, die damals noch existierte, von uns nicht so wahrgenommen wurden wie in der Generation, die das einheitliche Deutschland noch kannte. Insofern war das eine historisch schwierige und sicher auch falsche Wahrnehmung, keine Frage. Und vor diesem Hintergrund, wie Sie es erläutern haben, Helmut Kohl hatte einen kürzeren Weg zu gehen. Er hat diese Situation genutzt. Und er hat es gut gemacht, gar keine Frage. Das wollte ich Sie fragen. Ja, er hat das gut gemacht. Das wird auch seine große historische Leistung bleiben. Und zwar gut gemacht in dem Sinne, dass er das Vertrauen, wenn ich mal vielleicht von Frau Setscher absehe, in der NATO, in der EU hatte, insbesondere das Vertrauen der Amerikaner hatte, dass das bei ihm dieses neue, größere Deutschland schon richtig aufgehoben sei. Damit ist er sehr unterstützt worden in der damaligen Zeit von Willy Brandt ja, bekanntlicherweise, und von anderen in unserer Partei. Und insofern, aber seine historische Leistung, die bleibt bestehen und die zu mildern, ist auch nicht meine Sache. Die Ära Kohl bekam quasi eine zweite Halbzeit. Eigentlich sind ja, das haben Sie selbst mal gesagt, Kanzler nach acht Jahren schon ziemlich durch die Öffentlichkeit zermürbt worden, auch durch die ständige Präsenz, die Sie haben müssen. Er bekam sie, die zweite Halbzeit. Und in der Zeit dachten viele, die endet nie, diese am Ende 16 Jahre. Wann hatten Sie, Gerhard Schröder, das erste Mal das Gefühl, dass Sie es sein könnten, der ihn ablöst? Irgendwann mal. Wenn alles gut läuft. Im Hinterkopf hat man das natürlich immer für möglich und auch für wünschbar gehalten, das ist gar keine Frage. Ich war damals ja Ministerpräsident und als solcher relativ erfolgreich, erst mit einer rot-grünen Koalition, später auch mit einer absoluten Mehrheit, wird man automatisch zu einem denkbaren Kandidaten gerechnet. Zumal dann, wenn man sich selber dazu rechnet, und das war so in meinem Fall. Ich glaube, dass die Möglichkeit, in der Wahl 98 zu gewinnen, sich herausstellte, in 97 vor allen Dingen, als es um die Frage ging, wer hätte denn eher Möglichkeiten zu gewinnen gegen Herrn Kohl, Lafontaine oder ich. Und als wir eine Diskussion hatten über die Frage, wofür steht der eine, wofür steht der andere, Ich habe es immer für wichtig und richtig gehalten, dass die SPD eine Wahl nur dann gewinnen kann, wenn auch ein Maß an zureichender ökonomischer Kompetenz da ist und man in Deutschland schwer eine Wahl kontrovers zur Wirtschaft gewinnen kann. Denn es gibt eine alte Erfahrung der Parteien der Arbeiterbewegung, der Gewerkschaften, und die heißt ganz schlicht, wenn es der Wirtschaft insgesamt gut geht, haben wir bessere Möglichkeiten, etwas davon abzubekommen. Wenn Krise ist, ist die Gefahr relativ groß, dass die Krise bewältigt wird zu Lasten der Schwächsten. Und das führt dann eben auch dazu, dass in einer solchen Situation es schwieriger ist, für die Beschäftigten Schutz zu erlangen durch Partei und Gewerkschaften. Denn diese historische Erfahrung in der Arbeiterbewegung, die hat jedenfalls in meinem Denken dazu geführt, zu sagen, ökonomische Kompetenz ist das, was unsere eigenen Leute von uns erwarten. Und eine Totalkonfrontation mit der Wirtschaft macht keinen Sinn. Ja, aber das ist die Ratio jetzt, da haben Sie sicherlich recht. Aber Politik besteht ja auch aus persönlichen Interessen, die es da gibt. Und in den 90ern, Sie waren Sprecher der SPD auch für Wirtschaftsfragen, sind da oft angeeckt, hatten viel Ärger deswegen. Aber Oskar Lafontaine war ja eigentlich der Mann der Partei in der Zeit. Er war da fest verankert. War das der Grund, dass Sie was sehr Kühnes gemacht haben bei der Wahl, Landtagswahl in Niedersachsen 98? Haben Sie gesagt, wenn ich nicht auf das sehr hohe Ergebnis noch was drauflege, dann bin ich es eigentlich nicht, der Kanzlerkandidat werden soll. Das war klar. Volles Risiko. Ja, natürlich. Es ging ja auch nicht anders, denn dass Oskar Lafontaine, wenn das im Vorstand entschieden worden wäre, eine Zweidrittelmehrheit gehabt hätte, das ist gar keine Frage. Ich habe das aber mit ihm besprochen. Kurz vor der Niedersachsenwahl haben wir uns in Braunschweig, ich erinnere, das ziemlich genau getroffen. Und ich habe ihm damals vorgeschlagen, wenn ich das gleiche Ergebnis, das waren über 42 Prozent, in Niedersachsen bekomme, wie beim letzten Mal, dann werde ich Kandidat mit deiner Zustimmung. Und er hat dann gesagt, nee, 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 das machen wir nicht, du musst schon mehr kriegen. Und dann sage ich, wie viel? Das sind so ungefähr 45 Prozent, sonst muss das der Parteivorstand entscheiden. Er kriegt ja dann, glaube ich, 48. Und dann war es für ihn auch klar, weil er hat das dann akzeptiert und gesagt, okay, möglicherweise ist es wirklich so, dass wir mit ihm an der Spitze, wir bessere Chancen haben. Und Lafontaine zu dem damaligen Zeitpunkt, ihm war persönlicher Ehrgeiz weniger wichtig, den hatte er durchaus auch, auch wenn er es gelegentlich anders dargestellt hat, als der Sieg der SPD. Und dann hat er im Grunde diese Entscheidung mit herbeigeführt. Dann wurden Sie Kanzlerkandidat, der Wahlkampf begann. Es war sicherlich Rot-Grün eine kühne Vision damals, nach so vielen Jahren, Kanzler Helmut Kohl mit der schwarz-gelben Koalition. Und am 27. September 1998 war es dann soweit. Wann, nach der ersten Hochrechnung, hatten Sie das Gefühl, jetzt ist es soweit? Schon vorher. Es war relativ klar in den Umfragen, in Ihren wie in denen der anderen auch, dass es wohl nicht reichen würde. Dass es so deutlich werden würde, war uns nicht klar. Aber es hat auch ein bisschen daran gelegen, dass wir einen Fehler nicht gemacht haben. Nämlich den Fehler, Helmut Kohl sozusagen direkt anzugreifen. Wir haben, das war meine Vorstellung, einen Wahlkampf geführt nach dem Muster. Danke, Helmut. Jetzt ist aber auch genug. Aber es ging ja auch gleich hoch her. 1999 war ein Jahr, wo eigentlich jede Woche irgendwas passierte. Rot-Grün, da dachte man an Friedenspolitik. Und dann die Balkankrise, die schon lange ging. Sie spitzte sich zu in dem Kosovo-Konflikt. Und das erste Mal mussten Sie als Bundeskanzler dann Soldaten einsetzen im Krieg. Wie ist eine solche Entscheidung? Wie erlebt man die? Ist das über mehrere Wochen eine Vorbereitung, Diskussion mit allen Beteiligten? Und wer fällt dann am Ende die Entscheidung? Irgendwann war klar, dass es wohl nicht ging ohne Einsatz von militärischer Gewalt. Und das ist letztlich eine Entscheidung, die Sie vorbereitet und abgesprochen mit Verteidigungs- und Außenminister letztlich selber treffen müssen. Und das ist deswegen eine so unglaublich schwierige Entscheidung. Jedenfalls war das so für mich, gar nicht so sehr aus, ich war nie Pazifist in dem Sinne, gar nicht so sehr aus diesen pazifistischen Erwägungen, die mir auch näher sind als Interventionen. Aber vor allen Dingen, weil ich mich immer gefragt habe, kannst du das verantworten gegenüber den Leuten, die du da hinschickst? Denn die tragen ja ihre Haut zum Markt, denn nicht du, der die Entscheidung triffst. Und deswegen ist es unglaublich einfach, es ist politisch kompliziert, aber psychisch sehr einfach, Nein zu sagen. Aber sehr schwer, Ja zu sagen, aus dem eben gekennzeichneten Grund. Das hat mich richtig schlaflose Nächte im wahrsten Sinne des Wortes gekostet. Letztlich überwog dann doch die Einsicht in die Notwendigkeit, die ja Freiheit sein soll, die Einsicht in die Notwendigkeit, dass es nicht anders ging, auch und gerade aus bündnispolitischen Gesichtspunkten. Denn eins war klar, die rot-grüne neue Bundesregierung war in besonderer Weise unter Beobachtung, keineswegs nur in Jugoslawien, sondern vor allen Dingen innerhalb der NATO. Was würden die tun? Kann man mit denen als stabiler Bündnispartner nur rechnen oder fallen die völlig aus? Das war eine Erwägung, die natürlich auch eine Rolle gespielt hat und spielen musste. Ja und gerade in der Zeit hatten Sie ja schon einiges einzustecken. Oskar Lafontaine war in diesem Umfeld zurückgetreten von allen Ämtern, also Finanzminister hat sein Bundestagsmandat und den Parteivorsitz niedergelegt. Ich kann mir vorstellen, das ist dann auch Stress in dem Moment. Und hat Sie das tatsächlich, ich habe in allen Quellen geguckt, offenkundig wirklich überraschend? Völlig überraschend, völlig überraschend. Es kam ein Bote zu mir, ich weiß noch genau, ich saß in Bonn im Kanzleramt, mit einem verschlossenen Brief vom damaligen Finanzminister und Parteivorsitzenden und hat mir den Brief überreicht, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, war mir natürlich klar, da ist nicht ein Geburtstagsgruß drin, sondern da muss schon was Ernstes sein und ich mache den dann auf und kriege dann die Mitteilung, dass er von seinem Amt als Finanzminister zurücktritt. Das war ja das, was er dem Bundeskanzler zu sagen hatte, aber er hat dann auch aufgeschrieben, dass er aus dem Bundestag ausscheide und sein Amt auch als Parteivorsitzender niederlegt. Ich war sehr überrascht, war auch völlig unvorbereitet, ich weiß noch genau, Fischer kam in Joggingkleidung angeblich anschließend, weil ich ihn anrufen ließ. Er hatte da die Fitnessphase. Ja, er hatte die Fitnessphase wieder mal, kam in Joggingkleidung ins Kanzleramt und wir haben dann beraten, was zu tun sei. Und es ist sehr interessant, ich war nicht sicher, ob ich den Parteivorsitz übernehmen sollte. Das erste, was Fischer sagt, du musst das machen. Das war in der damaligen Situation wohl auch der richtige Rat. Und andere, wie Müntefering und so, haben das dann auch gesagt. Und das war natürlich für die SPD noch entscheidender. Aber ich war wirklich überrascht und ich habe bis heute keine wirklich schlüssige Erklärung dafür, außer derjenigen, dass er jemand war, der mit den Widrigkeiten eines solchen Amtes, die ja auch darin bestehen, Dinge zu tun, die einem nicht gut gefallen und die der eigenen Klientel nicht gut gefallen, die auch mal gegen den Konsens der eigenen Partei verstoßen müssen, nicht als Dauerzustand, aber gelegentlich schon, nicht zurechtgekommen ist. Die Begründung Sozialabbau und der Krieg dann, empfinden Sie deswegen auch als eher nachgeschoben? Ja, der Krieg daran war, an der Vorbereitung dieser Diskussion und der Entscheidung war ja beteiligt. Die ging ja noch, als Kohl noch im Amt war. Das war eine große moralische Diskussion in der Zeit. Ja, natürlich, aber das, glaube ich, ist dann auch Rationalisierung, um es freundlich zu sagen, für ihn. Weil ich habe das nie verstanden, weil er ja wirklich einer der begabtesten Politiker ist, die ich kennengelernt habe, ist ein bisschen die Flucht aus Verantwortung, wenn sie unangenehm ist. Ja, er hat mal über das Verhältnis zu Ihnen gesprochen. Einmal habe ich gesagt, was willst du eigentlich? Und seine Antwort war, ich will die Macht und die Kohle. Also es wäre Ihre Antwort gewesen, die Macht und die Kohle, so war der. Das ist ja auch, was ich an ihm geschätzt habe. Er fühlte sich also da nicht so weit entfernt. Finden Sie das als desavouierend oder nehmen Sie das Sinn? Mit der Macht ist das richtig. Das andere hat mich nicht so sehr interessiert, wie er da unterstellt. Ich glaube, da hat er eher eigenes Verhalten in die Antwort hineingelegt. Aber wie auch immer, dass ich an demokratisch legitimierter Macht interessiert war, an politischer Macht, um gestalten zu können, das zu bestreiten wäre ja wieder. Sie nicht, denn das kennzeichnet ja mein politisches Leben. Ja, Geld zu verdienen ist ja auch nun keine Schade. Auch das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, ich hätte ja auch einen anderen Lebensweg einschlagen können, vielleicht auch nicht ohne Erfolg. Aber das hat mich in erster Linie nicht interessiert, sondern mehr die Möglichkeit in der Politik, das zu erreichen, was ich erreicht habe, war für meinen Lebensweg bei weitem bedeutender, als Geld zu verdienen. Das ist in der Tat nicht schlecht, tue ich jetzt ja auch. Und schafft ein Stück neuer Freiheit, die ich durchaus auch in Ordnung finde. Aber das waren Turbulenzen eine nach der anderen im Grunde. Hat man da als Bundeskanzler mal das Gefühl, jetzt reicht es auch? Das mehr ertrage ich nicht. Ich habe mich das auch natürlich gefragt oft. Aber das ist mir nicht in den Sinn gekommen. Vielleicht ist das auch etwas, was man braucht, dass in einem solchen Amt das ja schon sehr, sehr anstrengend ist und sehr einsam macht. Vielleicht ist es das auch. Aber hinzuwerfen, auf diese Idee bin ich in keiner Phase, also es gab ja wirklich Schwierige, Sie haben darüber berichtet. In keiner Phase bin ich darauf gekommen. Ja, es kam danach zum nächsten Punkt, auch das wieder eine Herausforderung, der 11. September 2001, der Terroranschlag auf das World Trade Center mit den Passagierflugzeugen, sicherlich für jeden einen Einschnitt in der Zeit. Sie haben da unglaublich schnell reagiert und die uneingeschränkte Solidarität erklärt. Damals war George W. Bush, der Präsident der Vereinigten Staaten. So etwas macht man doch nicht, ohne zu ahnen, dass das etwas bedeutet, wenn man das sagt. Natürlich wusste ich, dass es etwas bedeutet. Und ich wusste auch, dass es bedeuten könnte, in Afghanistan zusammen mit den Amerikanern zu intervenieren. Das war das, was klar war, weil es so war, dass die Terroristen, die in New York und in Pentagon tätig geworden waren, dort ihre Bomben, ihre Flugzeugangriffe gemacht hatten, dass die eben Schutz fanden. Und es war völlig klar, dass wir reagieren würden, und zwar an der Seite der Amerikaner. Und es war eine Frage des Artikel 5 des NATO-Vertrages. Es war keine Frage, dass es eine Legitimation durch den Sicherheitsrat gab, mit Zustimmung, ging ja nicht anders, der Chinesen und der Russen. Und von daher war diese Entscheidung zwangsläufig. War nicht die schwierigste, die Sie treffen? Nein, das war nicht die schwierigste Entscheidung. Natürlich war es dann auch wieder schwer, unter dem Gesichtspunkt, den ich eingangs gesagt habe, bei Entscheidungen für kriegerische Interventionen, immer an die Leute zu denken, die man da hinschickt. Aber hier war völlig unausweichlich, dass wir an der Seite der Amerikaner sein würden. Und ich musste das dann ja durchsetzen mit der Vertrauensfrage, was nicht so einfach war, aber was dann gelang. Und deswegen habe ich auch manchmal, naja, so ein bisschen traurig darüber nachgedacht, warum das eigentlich nie gewürdigt worden ist, auch in den Vereinigten Staaten, dass es eine rot-grüne Regierung war, die sofort gesagt hat, wir sind an der Seite unserer Freunde. Willkommen zur Innenpolitik zurück. Dann standen auch schon wieder Bundestagswahlen an, 2002. Beschreiben Sie doch mal die Situation, die man sich heute gar nicht so vorstellen kann, wie die wirtschaftliche Lage war. Es war eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Rentenkassen waren leer. Und die Ökonomie bestimmt oft die Wahlen, wie viele schon gesagt haben. Es war schwer. Es war ungewöhnlich schwierig und wir mussten auch damit rechnen, dass die Wahl verloren gehen würde, weil die Gründe dafür haben Sie genannt. Und es ist ja so, auch wenn die Politik über die Einstellungen und Entlassungen in der privaten Wirtschaft origen nicht entscheidet, es wird ja zugewiesen, die Verantwortung dafür von vielen. Und deswegen war es eine Schwierigkeit. Es kam in der damaligen Zeit, waren dann zwei Entscheidungen von Bedeutung. Einmal waren wir nicht überzeugt von der amerikanischen Intervention im Irak und haben das auch deutlich gemacht. Aber noch entscheidender, glaube ich jedenfalls, war diese Frage, wie werden die mit dieser Flut, die damals kam, im Sommer 2002 fertig. Und das ist ja eine Zeit, wo Regierung dem Volk beweisen kann, dass es was taugt, dass die da sind. Und das heißt, taugen tut man dann was, wenn man unmittelbar präsent ist und hilft. Und ich glaube, dass das war entscheidend, dass die Menschen gesehen haben, wir können uns auf die verlassen. Wahlkämpfe ist Ihre große Zeit. Das ist eine besondere Herausforderung und auch eine besondere Intensität von Leben und von politischem Leben natürlich. Insofern, wenn Sie so spüren, dass die Menschen mitgehen, dann ist das schon eine Herausforderung einerseits, aber auch eine ungeheure Bestätigung. Und gerade in dem Wahlkampf, wo wir alle schon ein bisschen glaubten, naja, das war es denn wohl, kam dann zum Schluss, waren das die Wahlveranstaltungen, die ja draußen stattfanden mit 10.000, 20.000 Menschen, eher gelesene Messen als Wahlkampfveranstaltungen. Ich habe dann manch einen gefragt, ist das so, weil die einen nochmal sehen wollen, ehe man abtritt? Oder ist das wirklich Zustimmung? Es war wirklich Zustimmung. Sie haben die Wahl dann gewonnen, 2002, und da reifte was in Ihnen, dass innenpolitisch was passieren musste in der Wirtschaft. Sie haben da ein Projekt angepackt, von dem Sie sicherlich von Anfang an wussten, das gibt fürchterlich Ärger auf allen mit den Gewerkschaften, mit der eigenen Partei, aber auch insgesamt Diskussion, die Agenda 2010, die damals noch nicht so hieß. Das war eine erste Vorüberlegung. Verraten Sie uns, was hat Sie tatsächlich dazu gebracht? Denn es wird Ihnen doch klar gewesen sein, was Sie auslösen. Nein, es war so, für uns wurde immer deutlicher, dass die deutsche Wirtschaft in übergroße Schwierigkeiten kommen würde. Die Arbeitslosenzahlen wuchsen. Und uns war klar, es musste was geschehen. Wir hatten die Gutachten des Sachverständigenrates. Ich war damals von Bert Rürup auch persönlich beraten, in diese Richtung etwas zu tun. Steinmeier war damals Chef des Kanzleramtes, hatte eben solche Positionen. Und ich habe das mit Müntefering besprochen und anderen. Und wir sind dann zu der Überzeugung gekommen, wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird diese Entwicklung weitergehen und dann werden wir von der Entwicklung weggespült werden. Also wenn wir nicht reformieren, wird ein wild gewordener Markt uns reformieren und wir werden die Leidtragenden sein. Also war diese Entscheidung relativ rasch klar, dass etwas passieren musste. Und es kam etwas anderes hinzu. Wir hatten ja lange versucht, im Bündnis für Arbeit, also im Konsens zwischen Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, eine solche Reformagenda hinzubekommen, etwa nach dem holländischen Muster. Und das hat sich in Deutschland als nicht durchsetzbar erwiesen, weil die beiden, die Gewerkschaften einerseits und die Arbeitgeberverbände andererseits, die Regierung immer nur benutzen wollten zur Durchsetzung ihrer spezifischen Forderungen, aber sich außerstande sahen, aufeinander zuzugehen. Wir wollten das ja managen. Also als das sich herausstellte, nicht erreichbar zu sein, haben wir gesagt, dann müssen wir es jetzt eben machen. Und eine Erfahrung, die ich da gemacht habe, die müssen sich andere auch vor Augen führen, die nämlich, dass man solche anspruchsvollen Reformen vermutlich nur durchsetzen kann, top down und niemals bottom up. Warum? Wenn man versucht, Konsens vorher zu finden, wird das Programm zerredet. Die Gefahr besteht nämlich durch Interessengruppen, auch in den Parteien, in den Koalitionsparteien. Und dann wird es nicht mehr das sein, was notwendig ist. Wenn man indessen versucht, mit der Kraft der Regierung und auch mit der Drohung, sonst geht das schief, etwas durchzusetzen, was an sich Hand und Fuß hat, dann ist das in unseren sehr pluralen Gesellschaften wahrscheinlich eher ein Erfolgsrezept als das Umgekehrte. Mir ist ja gelegentlich vorgeworfen worden, man hätte das breiter diskutieren müssen. Das mag idealtypisch unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten auch so sein. In der Sache hätte es dazu geführt, dass die Agenda so nicht zustande gekommen wäre. Man muss das mal wörtlich zitieren, was Sie damals gesagt haben. Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern. Das war schon ein Hammer. Ja, sicher. Nur ich halte das ja für sozialdemokratisch. Habe ich immer gehalten. Das hat vielleicht auch was mit meinem Lebensweg zu tun. Schauen Sie, jeder soll das, was er kann, auch beitragen. Für sich selbst, für seine Familie, auch für die Gesellschaft. Nur das, was er kann. Wenn er nicht kann, weil er bildungsmäßig nicht mitgekommen ist, weil er krank ist, weil er arbeitslos ist, aus welchen, weil er alt oder zu jung ist, dann muss der Staat, der für die Gesellschaft handelt, einspringen. Aber das darf nicht dazu führen, dass man von niemandem etwas fordert. Sondern die ihm mögliche oder ihr mögliche Leistung muss er bringen, wollen auch. Sonst muss man ihn dazu anhalten oder sie dazu anhalten. Wenn man es in der Rückschau sieht, dann muss man sagen, es ist so schade, dass die SPD sich zu dem damaligen Zeitpunkt und später auch nicht in der Lage gesehen hat, dieses doch wichtige Reformprogramm, nicht nur für Deutschland, für Europa, als ihr eigenes anzunehmen und entsprechend zu vertreten. Es gab Abgeordnete, die dann in den Wahlkreis gegangen sind, die sagten, wir halten das ja alles für zweifelhaft, aber der Schröder hat uns gezwungen. Das ist dann eine Haltung, die natürlich in Wahlen auch nicht honoriert wird. Hatten Sie damit gerechnet, dass es bis zur nächsten Wahl 2006 Erfolge gibt? Ich hatte das gehofft, natürlich. Aber als klar war, dass wir die Nordrhein-Westfalen-Wahl verloren hatten, war mir auch klar, du wirst ohne ein neues Mandat nicht zurechtkommen. Und die entscheidende Überlegung für mich war, die Kritik an der Agenda war ja auf dem Höhepunkt, die innerparteiliche, innergewerkschaftliche Kritik. Und der Wahlverlust in Nordrhein-Westfalen wurde sozusagen benutzt, auch in der öffentlichen Diskussion, zur Rechtfertigung der Kritik an der Agenda. Das war ja ein Zusammenhang. Und meine Überlegung, die dann zu der Neuwahlentscheidung führte, war zu sagen, es geht eigentlich nur weiter mit einem neuen Mandat des Volkes. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen in Neuwahlen rein. Ich habe das damals mit Franz Müntefering sehr intensiv besprochen und habe ihn gefragt, kannst du garantieren, dass bis 2006, wir waren ja im Jahr 2005, im Mai 2005 war ja die NRW-Wahl, kannst du garantieren, bis zum ordentlichen Ende der Legislaturperiode, dass die Fraktion steht, oder wird sie mich angesichts der Niederlage jetzt, der möglichen Schwierigkeiten, die wir in Rheinland-Pfalz im 2006, im Februar kriegen würden, wird sie mich zwingen, die Agenda zu verändern? Und die Agenda hätte ich nicht verändert. Und dann sagte mir Herr Müntefering, das kann ich nicht garantieren. Und da war für mich klar, und ich glaube letztlich für ihn auch, dass wir versuchen mussten, aus dieser Enge, manche sagten Bilderskabinett um, was man so macht, aber das war nicht die Lage. Wir mussten versuchen rauszukommen, indem wir sagten, wir wollen eine neue Legitimation, auch für die Agenda 2010, durchs Volk, durch die Wählerinnen und Wähler. Nur noch mal für die Zuschauer zu markieren, vor allem für die Jüngeren, die Landtagswahl in NRW ging verloren, krachend verloren in dem Stammland der Sozialdemokratie. Und das hat sie dann einfach dazu gebracht, jetzt reicht es, jetzt brauche ich die Wähler. Das war nicht so einfach. In der Verfassung sieht das nicht so einfach vor. Ganz schwierige Zeit, auch für einen Persönlichen, wenn ich das mal sagen darf. Weil das war der Moment, wo ich in der Hand anderer war, wo ich sozusagen nicht mehr die Kontrolle hatte über das Tun. Denn jetzt musste zunächst einmal die Koalition sagen, in der Tat, wir stimmen sozusagen bei dem Missdownsvotum gegen unsere eigene Regierung. Dann musste der Bundespräsident das akzeptieren und schließlich das Bundesverfassungsgericht auch. Das hat ja alles funktioniert. Das hat funktioniert. Aber das war eine der schwierigsten Situationen überhaupt. Verstehen Sie einfach, wenn Sie in einer solchen Situation sind und sagen, weiter geht es eigentlich nur mit einer Legitimation durch das Volk und Sie sind in dreifacher Abhängigkeit. Das möchte ich nicht wieder erleben. Gut, versuchen wir eine Bilanz Ihrer Regierungszeit. Joschka Fischer hat mal geschrieben, hat das überschrieben, er hat dann gern Englisch gesprochen, Facing Reality, Sie haben sich also der Wirklichkeit gestellt und wirklich Reformen versucht. Würden Sie sich auch so sehen als Modernisierer? Das schon, das würde ich sehen. Als gescheiterter Modernisierer? Nein, wenn man sich jetzt die Diskussion in Europa anschaut, kann man ja nicht sagen, dass man das Gefühl haben müsste, die Agenda sei ein gescheitertes Projekt. Das ist im Gegenteil. Die Ernte kam nach Ihrer Regierung. In der Tat, aber es ist in der Tat und Frage von scheitern oder nicht scheitern heißt ja nicht aufhören oder nicht aufhören in der Regierungszeit, sondern heißt, welche Wirkungen hat das in die Gesellschaft für das Land hinein und die waren durchweg positiv. Bei all dem, was zu kritisieren ist, gar keine Frage. Es gab ja noch etwas, was mir mindestens ebenso wichtig ist, nicht so sehr die Souveränität in der Außenpolitik, das auch, aber vor allen Dingen auch die Veränderung im gesellschaftlichen Klima. Es ist doch interessant, dass in der Zeit der Grundstein dafür gelegt wurde, dass heute zwischen CDU und SPD es keinen großen Unterschied mehr gibt in der Frage Integration der Menschen mit ausländischem Hintergrund, sondern dass nach Jahre, jahrzehntelangen Kämpfen über diese Frage inzwischen Gemeinsamkeit besteht in der Notwendigkeit, Integration ernst zu nehmen. Und das Zweite ist, was ich auch finde, dass wir es erreicht haben in unserer Zeit, die Diskussion über die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften zu verändern und positiv zu gestalten, hat diese Gesellschaft freier, offener gemacht. Und ich hoffe, dass das auch Auswirkungen auf andere Gesellschaften hat. Wir sind da ziemlich gut. Also es hat sich einiges verändert in der Zeit. Das Wall Street Journal hat sie ja dann sehr gelobt für diese Agenda. Da habe ich mich drüber gefreut, weil ich das nie erwartet habe. Und mein Eindruck ist aber, auch Frau Merkel hat sie dafür gelobt, mehrfach im Bundestag, aber nach wie vor fremdelt ihre Partei ein wenig damit. Ich sage, das hat damit zu tun, dass sie diese Vorstellung, die ich versucht habe zu erläutern, von Sozialdemokrat sein, heißt nicht, betreut zu werden, sondern heißt, Hilfe zu bekommen, aus sich selbst was zu machen. Das ist das, was für mich wichtig ist. Heißt dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft offen genug bleibt, um Menschen, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden sind, eine Chance in dieser Gesellschaft zu gehen. Das alles für mich ist Sozialdemokratie. Dass es gelegentlich auch notwendig gibt, Menschen Betreuung zu geben, das ist ja gar keine Frage. Nur Betreuung ist was Karitatives. Hilfe zur Selbsthilfe ist etwas, was Würde verleiht. Wir haben angefangen unser Gespräch. Wie fühlen Sie sich jetzt als Kanzler? Damals, als Sie aufhörten, sicherlich ein Einschnitt auch im Alltag, sind Sie recht schnell in eine Beraterfunktion bei Nord Stream, einer Pipeline, die auch mehrheitlich von Gazprom beherrscht wird. Also Wladimir Putin hat da sicherlich seinen Einfluss eingebaut. Dafür sind Sie oft kritisiert worden. Würden Sie sagen, dass Sie zu früh einen Wechsel in die Wirtschaft gemacht haben? Die Kritik wäre ja auch gekommen, wenn ich ein halbes Jahr gewartet hätte oder ein Jahr gewartet hätte. Ich stelle mir manchmal die Frage, wenn diese Gesellschaft eine wäre, wo anstatt eines russischen Unternehmens, Partner der europäischen, ist ja ein europäisches Konsortium, ein amerikanisches wäre, wie dann wohl die Kritik ausgefallen wäre. Ich glaube, da spielen immer Dinge noch eine Rolle, die meine nicht sind. Für mich war eins völlig klar. Ich war nicht in einer Situation, wo ich sozusagen ein Rentnerleben führen wollte und konnte. Das hätte ich auch nicht gekonnt. Sondern für mich war wichtig, etwas zu tun zu bekommen. Und das natürlich an der Grenze zwischen juristischer Beratung, die mein Beruf ist, und Politik. Und das habe ich versucht zu realisieren. Es ist schließlich mein Leben. Ich habe das getan, was ich für richtig und notwendig hielte in der Politik. Habe dafür auch Risiken in Kauf genommen. Und ich finde, dass man danach, währenddessen hat es nie Vorwürfe für mich gegeben und an mich gegeben, weder in meiner Zeit als Abgeordneter, noch in meiner Zeit als Ministerpräsident, noch in meiner Zeit als Bundeskanzler. Danach habe ich ein Recht, das zu tun, was ich für richtig halte. Und dazu stehen Sie auch. Dazu stehe ich. Zu Ihrem 70. haben Sie jetzt das Recht, zu sagen, welchen politischen Wunsch Sie erfüllt haben möchten für die Zukunft. Wir haben ja zahlreiche Themen angesprochen in diesem Gespräch. Ja, ich komme zurück auf das, was ich zuletzt gesagt habe. Ich möchte gerne noch mit dazu beitragen, dass diese Gesellschaft so offen bleibt, dass sozialer Aufstieg auch für die Kinder aus Familien, die es nicht so dick haben, möglich bleibt. Dass wir nicht wieder fragen, welche gute Schule hast du besucht und welche beste Universität, sondern was kannst du, was bist du zu leisten bereit und imstande. Für mich ist es einfach so, dass in jeder Gesellschaft braucht es Eliten. Ich habe keine Schwierigkeit, mit diesem Begriff umzugehen, obwohl er missverstanden werden kann. Aber für mich müssen es Eliten sein, niemals qua Geburt, immer nur qua Leistung. Und dazu beizutragen und die Offenheit und die Offenheit zu gewährleisten, die es immer noch möglich macht, Lebenswege wie meinen eigenen als selbstverständlich anzusehen, das wäre ein Wunsch, den ich hätte und den ich nur ein bisschen mitarbeiten will. Den Wunsch nehmen wir auf. Gerhard Schröder zum 70. Vielen Dank für dieses Gespräch und eine gute Zeit noch. Vielen Dank auch Ihnen. Vielen Dank.